Hallo, kannst du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin Florian Ranget vom Produktmanagement. Was ist dein Top-Produkt? Dieses Jahr launchen wir den Universal Parallelgreifer, die Serie UPG. Was können wir mit dem Produkt machen? Die Parallelgreifer können universal Werkstücke zugreifen und bewegen für verschiedene Anwendungsgebiete. Welches Problem löst dein Produkt? Unsere Kunden brauchen sehr flexibel Greifer, weil sie manchmal runde Teile greifen, manchmal eckige Teile greifen, manchmal hohl, manchmal nicht. Es gibt sehr viele Anwendungen, sehr viele verschiedene Werkstücke von Masse, von Form und so weiter. Von daher, mit diesen Greifern können wir ein sehr breites Anwendungsspektrum abdecken. Was sind die drei Top-Eigenschaften des Produkts? Es ist so, dass dieser Greifer sehr flexibel von der Montage, sagen wir so, können wir das von oben befestigen, von der Seite befestigen. Ich habe eine sehr, sehr hohe Flexibilität mit diesen Greifern. Das ist auch so, dass dieser Greifer sehr kräftig ist. Wir starten mit UPG 40, aber er kann schon, so dieser kleine Teil ist nur 40 Millimeter breit, aber er kann schon bis 600 Gramm bewegen. Und gehen wir bis 160 von Baugröße und da können wir schon bis 8 Kilo bewegen. Das ist sehr viel Kraft da, verfügbar für unsere Kunden. Und der letzte Vorteil ist auch so, dass durch unser Online-Berechnungsprogramm können wir sehr schnell den richtigen Greifer finden. Vielen Dank, Flo. Gerne.